zeig mir was du hast wo sind energie paket ja weil wir das unbedingt brauchen nehmt mal mit leidung wer hat kleidung schick er guckt mal sieht aus wie meine mütze fast nur so rot wo den helm kämmerung wo er hat alt den hat er den plunder in viermal verkauft alter fettet magazin oder was viel nützlicher als bloßes grün siegel coole haben wir nehmen wir mal mit brauchen wir jetzt nicht war wir haben ja da ist die ganze geschichte ein bisschen länger und die ganze sache ist auch vergiftet gefahr ich sag mal so wir kaufen ja und wenn jetzt nicht viel besser ist als die dinge die wir haben gehabt jetzt nicht alt ist auch nicht so schlimm denn verkaufen wird wieder jetzt hast du was du wolltest stufe 16 in dich auf kleine schritte sieht mich ja rückwärts läuft bist du witzig so blitschi butschi werden wir jetzt nehmen quest verfolgen charakter was wollen wir machen stärke vitalität die qualität stört mich eigentlich wenig oder wollen wir uns noch ein bisschen beweglicher machen klub ja das können wir noch machen nichts kann dich verlangsamen genau könnte auch wung fu manöver super wung fu schusswaffe doppelschuss gewehr genau wx und r automatik gewehr vielleicht hätte ich mal eher das automatik gewehr nehmen sollen hat sich schon wieder erledigt mit irgendwelchen einsichten hat sich schon wieder erledigt mit irgendwelchen einsichten aber wir haben wir haben wir haben wir haben so immerhin kannst du gut über dich selbst lachen auch da keine probleme mit mit dem problem haben wir hier überhaupt noch irgendwas doch warte mal wir haben nicht genug material ok ok mit viel material so wir brauchen wir werden uns noch kurz mit den verkäufern unterhalten dass damit weil dorf abgeschlossen haben wo sind sie hallo die herrschaften ach hier ist er der laden bietet für jeden etwas besonders für dich hatte eh nichts mehr zu sagen jetzt brauchen wir den schneider noch was ist denn mit meinem lama los was ist das für ein problem bleibt noch mal da stehen meine sneaker bitte entschuldigt meine sneaker hier ist nie ist nie müssen der klamotten bei ihm gucken wir mal ganz kurz rein ja außergewöhnliche preise außergewöhnliche gegensteiger gesellschaft alle wollen ein gutes geschäft abschließen schenker 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 Ein Gummipolster. Na gut, an den Rucksack kommt ich jetzt erstmal nichts dran. Den haben wir. Ein Sarg. Okay. Also die Kluft, die fällt mir richtig gut, wa? Allerdings Energie-Regeneration ist weg. Komplett weg. Und selbst die Hose macht nichts mehr. Schade, ey. Was haben wir hier noch? Was? McGaffey's Zauberwürfel oder was? Okay. Nee, nee. Jetzt nicht wegrufen. Jetzt. versuchte ich mit dem tier anzufreunden was war denn das erste was wir eingesammelt haben jetzt ist sie auf der anderen seite vom dorf oder jetzt ist aber mal gut langsam rum pinkeln hier so auf geht das ihren abflug kumpel blase ja Oh Hat der sich auf mich ruft gesetzt oder weit? Schöne Luftgeballert, gut Kottel Geh mal Die Hälfte der Gesundheit ist pro Ja, das nehmen wir jetzt Blitz schnell so was steckt man nur schwer leute und wie oft halbmüfte zum gebissen jemand muss diese plage beenden bevor es zu spät ist eine plage material siehst du den ehemel immer wieder praktisch den ehemel ich hab verstanden ehemel zu den ehemel klar sinken ihmel muss man fährt spring auf mein freund spring auf muss man hin da drüben müssen aber irgendwie so eine rosa komische pflanze oder nicht wieder gesehen ich bleibe los geht's ach all klar wir müssen ja ja über stock und über stein wir müssen ja hier wieder mal rein ah habt ihr das gehört toll ist er oder manchmal kann er das wasser jetzt bei kann ich so besonders mit schwimmen so jetzt wie man es auch angeht das leben ist ein kompliziertes spiel hier hast du deine quietschernte mein freund er meint das seien genug quaker um den glibber gleiter mit unendlich viel munition zu versorgen hat viele munition lieber meint er hat gesehen wie der pummel schnauber stein als sein bein genommen hat mit diesem weltenfresser hat er also persönlich eine rechnung offen haben wir äh haben wir jetzt einen weltenfresser vor uns so überlegte er sich einen plan wie die weltenfresser am besten zu besiegen sind und zwar nicht zu Fuß er freut sich mit ihr zu reden du bist du bist der trübschnauber muss für immer auf dem grund des nasses bleiben das wäre es fürs erste was hältst du vor mir zurück du solltest da draußen auf dich aufpassen mach ich es gab kürzlich probleme mit ödlandbewohnern sagt du sollst locker bleiben er freut sich mit dir zu reden okay äh halt dich nicht zurück es sei schlau sich um alles zu kümmern solange die sonne am himmel steht bist du sicher dass es alles war hat gehört du warst ein trübseliges kindling und freut sich dass du deine hülle abgelegt hast bis später mein freund über das wichtigste habt ihr bereits geredet er freut sich mit dir zu reden ja jetzt ist gut du hast gesagt wir haben über die wichtigste geredet also wenn du zurückkommst auf jeden fall steht ja nur wieder so der östliche weltenfresser da ist er da ist er da ist er der schlingel kannst du vergessen das kannst du vergessen hier das ist jetzt unsere mission jetzt reicht's ja bestimme dein schicksal sonst tut es jemand anders jeder ist seines eines schicksals schmied und bla 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 na na i'll be back terminator und so mhm da ist der ausgang weit rum immer um die hälfte rufen bitte ok also den weltenfresser jagd ja klar sind die die eigentlichen hauptquests ja aber ist nicht heute nicht also jetzt nicht ja so da lang müssen wir kommen wir nicht weiter ohne Gefährt manchmal muss man einfach selbst paddeln diese weisheiten ich hau mich weg jo erstmal wieder umgerannt mein freund dieses ding könnte holpa absauber gebrauchen was läuft da ganz schmeidig was hat er denn wo ist hier hin ach da geht's in die blöde stadt drin ach passt ja wir müssen ja da oben lang weil wir müssen ja hier und dann hier rüber ah das passt schon oh guck mal hier ist noch ein komisches dreieck äh fahrzeichen wegpunkt setzen komm doch mal hin hin die ziegel hört sich an als wenn so eine alte holztür geöffnet wird das ist keine ziegel das ist eine sniegel da kommt nach dem z noch ein n ne sniegel ja wenn man das schon richtig macht okay 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 da 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 einer voll in den wands trainiert der fahrt ein typ das schnitt voll ins schwarze raser flugbar hast du die klippen unter expedition hat mir nicht letztens und durch daran erinnern die wort sie ärgert haben darüber oder ich mich ärgert aber dass ich aus dieser stadt nicht rausgekommen bin der kuckuckpark junglinge lieben solche art jetzt auf ihn mal um hast du mir das letzte mal schon erzählt das ist hier keine ahnung funktioniert wenn ihr mal bitte groß hat er ein problem jetzt mein bauch erst mal in der erde sind ich verstehe diesen die sind diese grüne nicht aber ist auch hier ist einfach egal du solltest besser einen zahn zulegen wenn du etwas verändern willst dieser hier scheint angesichts der tatsache dem tod überlassen worden zu sein dennoch gute laune zu haben hat gehört dass du mitgefühl besitzt und vertraut darauf dass es in deinem wesen liegt anderen zu helfen er bittet dich um deines gewissens willen richtig zu handeln in die er tobt ein innerer konflikt und du bist verantwortlich diesmal nicht mein freund ist schockiert dass du nicht helfen willst sich gut zu fühlen und gutes zu tun sind zwei unterschiedliche dinge langsam gewöhnst du dich ans dunkel das ist nicht spitze sondern ein trott und was ist am trott verkehrt ich liebe trott spitze trott völlig egal du kannst noch umkehren umkehren wir haben gesagt gar keinen fall genieße es das war hin und wieder ein bisschen gleichgewicht reinbringen wollen ja dass er den dort eine scheuert das war jetzt nicht so der plan aber passiert halt mal er tut mir leid aber man kann nicht immer für jeden da sein ja man muss auch mal sein ziel im auge behalten ja aber ich bin jetzt auch dieser weil zeigt die schokonuss diese geschichte hat so viel macht wie du ihr gibst verstehe nicht diese dieser punkt immer ach du mal sehen sorry hat ein stück muss im zahn so jetzt gucken wir mal dass wir hier rauskommen rauskommen abschänder hallo hatten kriegt ihn so nicht kaputt es lohnt sich immer ein paar holzreste parat zu haben im fall die sonne geht auf die sonne geht auf du hast den streitplatz erreicht schrecklich was die kämpfe hier angerichtet du hast eine weitere lange nacht überstanden ach leute leute so das ist das ist das ist Das ist doch schon ein bisschen heftiger, der Junge, wa? Das ist doch schon ein bisschen. ich muss alles im stück alter was geht mit dir jetzt kannst du es mit der welt auf den scheiß kann ich alter ist der heftig ich guck die Klen mal Lucien hier die Ata, Junge dein Leben schwindet Ata, what the ich habe versagt ich habe versagt alle sind einsame Tiere die ihr Leben lang versuchen weniger einsam zu sein hä? komm raus, komm raus, komm raus ob sei der dicke bleibt wenn er wisse den will ich denn zum Schluss machen an der Hälfte des Lebens ein alt 13er ist ganz schön heftig super effektiv ich habe nicht mehr viel die verdammte action also das Vieh will ich haben das Vieh will ich haben da drinne das könnt ihr mal wissen das könnt ihr mal wissen das könnt ihr mal wissen schön aufgeschnitten Ja, wie ist es? schuh mein freund so mit waren die